Was hat euch denn motiviert, im Endeffekt den Master zu inskribieren? Und welche Motivation hat euch ein Master erhalten? Was wird meine Motivation sein, den Master zu studieren? Das ist für mich wahrscheinlich die Frage. Und sie ist halt irgendwie zweifach. Also einerseits bin ich mir sehr... Es ist so ein bisschen so, man befindet sich idealerweise vielleicht, und dann halt auch traurigerweise, so wie in der Situation, dass man einfach nicht weiß, was man mit seinem Leben machen soll, außer genau das irgendwo. Mir macht Philosophie wirklich so viel Spaß, dass einfach alles andere zwangsweise ein Plan B ist. Und da ist einfach der Maß, das naheliegendste, was du machst. Weil erstens ist das halt ein notwendiger Schritt in Richtung, das zu machen, was du tatsächlich machen möchtest. Also ich möchte in der Forschung sein und unterrichten auf Unniveau. Das war halt einfach ein Traum. Und andererseits ist es halt auch das, was immer am meisten Spaß macht. Also du hast halt einfach nur zwei Jahre die Chance, genau das zu machen, was dich interessiert. Also das ist irgendwie eine Win-Win-Situation. Und am Ende von dem Ganzen hast du, und das ist jetzt vielleicht der extrem optimistische Blick von jemandem, der das noch vor sich hat. Aber du hast echt die Chance, dass du endlich einmal eine wirklich längere Arbeit schreibst über das, was du gerne beforschen möchtest. Und du hast quasi, es ist dein Job, dich in einem Ausmaß mit etwas zu befassen, was du in einer relativ großen Arbeit, also relativ groß, mündet, die, was nach deinem Interesse gemaßschneidert ist. Also das ist eigentlich, wo kriegst du schon so eine Chance, jetzt ganz ehrlich, in deinem ganzen Leben. Du wirst quasi, es ist dein Job, dass du dich mit etwas auseinandersetzt, was dich wirklich interessiert. Und keine Ahnung, 80 Seiten, also je nach Studienrichtung, 60 bis 80 Seiten in der Philosophiearbeit machst. Das ist schon cool. Also das ist schon richtig cool. Und das ist dann halt dein Ticket zum PhD irgendwie. Und du bist, wenn du es richtig machst, und du bist vielleicht wirklich idealisiert von mir, aber wenn du es richtig machst, dann hast du einfach, wenn du 60 Seiten über irgendwas schreibst, dann befasst dich halt schon wirklich mit dem, was du vorst. Also dann hast du da ein bisschen ein fundamentaleres Wissen nochmal über das, was du wirklich machen möchtest. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen einen besseren Stepping Stone in Richtung PhD. Dann kannst du es nur mehr fokussieren. Und also was ist meine Motivation, dass ich in den Master reingehe? Die Motivation ist definitiv, dass das ist einfach das, was ich machen möchte. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und das ist mir am meisten Freude bereitende, was ich mit meinem Leben anfangen kann. Und das ist dementsprechend einerseits einen intrinsischen Wert, das ich in den Master mache, weil es einfach weitere Zeit ist, was ich mit dem verbringe, was mir Freude macht. Und es hat einen instrumentellen Wert, insofern ist das halt ein Stepping Stone in Richtung einen Beruf verfolgen, der meine Freunde weiterhin irgendwie genauso begünstigt wird. Ja, ich muss mich dem Martin anschließen, auch allein deswegen, weil ich glaube, noch nie eine Person getroffen zu haben, die Philosophie wegen dem Geld studiert. Also meine Motivation ist definitiv auch Spaß. Also in der Philosophie mache ich, was mir Spaß macht. Ich habe die volle Bandbreite an Sachen, die ich mir auswählen kann. Es gibt so viele verschiedene Optionen. Die Philosophie hat zu allem was zu sagen. Also selbst wenn mir mein Gebiet irgendwann mal zu langweilig wird, ich habe einfach die Werkzeuge, sehr schnell woanders hin zu wechseln. Und das ist einfach so die Freiheit, die mir wichtig ist. Ich kann machen, was mir liegt, was mir Spaß macht, womit ich einfach auch mein Leben verbringen will. Und ich denke, es hat einfach keinen Sinn, zu versuchen, irgendwas zu studieren, wo man unglücklich drüber ist, wo man sich dann eher freut, wenn es vorbei ist oder freut, wenn man dann nach dem Arbeiten heimgehen kann. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist auch, das zu machen, was mir Spaß macht. Uni soll nicht ein Zwang sein, soll nicht ein wirklicher Stress sein, soll keine Belastung sein, sondern soll einfach was sein, was man auch machen will. Und genau deswegen studiere ich Philosophie. Also zum einen ist es natürlich die fachliche Vertiefung gewesen, die mich dazu motiviert hat, den Master zu beginnen. Also wirklich auch das Interesse, was jetzt das Fach betrifft. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, im Bachelorstudium, unser Bachelorstudium zumindest, ist doch sehr breit aufgebraut gewesen und viele Themen wurden angeschnitten, was gut ist, weil man natürlich dadurch Einblicke bekommen hat in viele verschiedene Themen. Teilweise wurden diese Themen auch intensiver behandelt, aber trotzdem bietet wirklich der Master die Möglichkeit, sich in einem gewissen Schwerpunkt zu vertiefen. Und das war eigentlich eine der Hauptmotivationen, mit dem Master zu beginnen. Eine zweite Motivation war schon, würde ich sagen, dass ich mir erhofft habe, und zum Glück ist das auch eingetreten, dass das Masterstudium eben aufgrund der geringeren Studierendenzahl ein bisschen interaktiver ist als das Bachelorstudium, der austauschintensiver ist, nicht nur zwischen den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch zwischen den Studierenden und den Professoren, beziehungsweise den Lehrenden. Also das war auch eben eine wesentliche Motivation. Ich habe eben das Bachelorstudium vielleicht etwas anonym in Erinnerung. und natürlich der dritte Aspekt, die dritte Motivation ist, dass es für mich auf jeden Fall mehr Möglichkeiten bietet, in beruflicher Hinsicht, was für mich natürlich dann auch im Endeffekt zwar jetzt nicht die Hauptmotivation war, aber doch dazu beigetragen hat, wieso ich mich für den Master entschieden habe. Ich kann mich dir eigentlich nur anschließen, Johannes. Ich finde auch, dass der Bachelor bei uns sehr generell gehalten war und ich hatte nach dem Bachelor ein bisschen das Gefühl, dass ich noch nicht genug weiß und ich mich da noch mehr vertiefen möchte und einfach noch viele offene Fragen hatten, die ich gerne klären wollte. Und das war im Prinzip die Hauptmotivation für den Master. Am Anfang des Masters waren noch einige Studierende dabei, die ich schon eben vom Bachelor gekannt hatte. Und ich glaube, das macht auch alles ein bisschen angenehmer, wenn man gleich mit der ganzen Gruppe weiter den Master macht. Und genau, also es haben sich dann, dadurch, dass ich die einzelnen Vorlesungen aussuchen konnte, die mir gefallen haben, glaube ich, war der Master um einiges ansprechender, also besonders ansprechend eben. Ich denke mal, die wesentlichen Argumente wurden eigentlich auch schon gesagt. Also es ist bei mir auf jeden Fall auch das persönliche Interesse war ausschlaggebend. Also ich wollte auf jeden Fall weiter studieren. Also wie gesagt, ich habe davor Profi studiert und ich habe bemerkt, dass es vielleicht nicht so ganz das richtige Fach für mich und ich wollte aber auf jeden Fall noch meine Studienzeit so mit einem Fach beenden, wo ich wirklich davon überzeugt bin. Und klar hatte ich natürlich auch sehr viele Idealvorstellungen von der KSA, die, das entspricht natürlich niemals ganz dem, was man sich vorgestellt hat. Aber grundlegend genommen bin ich zufrieden mit diesem Fach. Und es ist, ja, das persönliche Interesse war da auch, also überhaupt, aber das wurde ja auch schon oft angesprochen, also dass man dann im Master fast noch Seminare hat, also dass man sich, dass man dann auch den Sachen mehr auf den Grund gehen kann, dass man sich auch mit den Sachen mehr befassen kann, dass man auch bei der Masterarbeit wirklich ins Detail gehen kann und auch eine längere Feldforschung machen kann, also dass es auch von einem erwartet wird eigentlich, dass man dann auch, ja, auch wirklich dann die Leute, mit denen man studiert, auch immer besser kennt, dass man dann auch gemeinsame Interessen hat, dass man auch vielleicht mit der Zeit auch, ja, in der Ahnung, dann auch die Profs ein bisschen besser kennt, dass man vielleicht auch irgendwo mit eingebunden wird und, ja, das ist eigentlich so das Studium, also das ist ja an sich, denke ich, war eine schöne Zeit in seinem Leben, dass es alles dann ein bisschen konkreter wird, als es im Bachelor der Fall war. Und wenn man dann die Erfahrung gemacht hat im Bachelor, ja, ich studiere gerne, ich lerne gerne neue Sachen, ich lerne auch gerne Leute kennen, die dann ähnliche Interessen haben, dann ist der Master eigentlich die logische Konsequenz. Und, gut, ich meine, dann gibt es auch die andere Perspektive, die, glaube ich, Johannes angesprochen hatte, dass auf dem Arbeitsmarkt aktuell ist es natürlich auch eher so, dass es wird fast immer erwartet, okay, dann Bachelor, dann machst du halt den Master und dann wird halt erwartet, dass du auch einen Masterabschluss machst. Also man sieht halt relativ wenige Stellenanzeigen, wo das dann halt nicht da steht. Und, aber das war bei mir jetzt, um ganz ehrlich zu sein, nicht der ausreichende Punkt. Ich wollte an sich auch weiter studieren. Ich hatte auch, wie soll ich sagen, also, wo müssen wir jetzt ganz, ja, also ich meine, ich konnte es mir finanziell auch leisten. Ich wollte auch, gut, ich musste jetzt auch nebenbei immer arbeiten, aber ich meine, es ging schon. Und von daher, ja, hatte ich die Frage nie wirklich gestellt. Also ich wollte auf jeden Fall noch den Master machen. Wie unterscheidet sich das Masterstudium vom Bachelorstudium? Und was sollten Mastereinsteigerinnen beachten? Ich habe das Masterstudium schon sehr unterschiedlich im Bachelorstudium in Erinnerung. Es gibt einige Unterschiede für mich. Was vor allem mir aufgefallen ist, dass mehr Eigenständigkeit gefordert wird im Masterstudium. Daneben ist mir auch aufgefallen, dass einige Lehrveranstaltungen, zumindest bei mir, also vielleicht noch als ergänzende Information, ich studiere Ernährungswissenschaften, dass bei uns einige Lehrveranstaltungen von externen Lehrenden abgehalten werden. Das finde ich persönlich auch sehr gut. Es werden dadurch die Lehrveranstaltungen auch ein bisschen praxisnah gestaltet. Und in unserem Fall ein weiterer Unterschied ist auch, dass es verschiedene Schwerpunkte gibt. Das heißt, aus denen man wählen kann, die machen doch circa ein Drittel des Studiums aus. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass man sich im Masterstudium im Vergleich zum Bachelorstudium deutlich mehr vertiefen kann, dadurch, dass man eben aus einem von diesen drei Schwerpunkten wählt. Das war eben im Bachelorstudium nicht möglich oder nicht so intensiv möglich wie eben im Masterstudium. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, denn eben dafür ist ja auch das Masterstudium da, dass man sich auch fachlich vertieft. Und auch ein großer Unterschied im Master, meiner Meinung nach, ist sozusagen das Ausmaß der Abschlussarbeit in Relation zum Gesamtstudium. Also die Abschlussarbeit im Master hat einfach einen größeren Stellenwert als im Bachelorstudium, da die Themen einfach viel umfangreicher sind und oft verbunden auch mit einer praktischen Arbeit, also zum Beispiel im Labor. Also das ist vielleicht auch dann ein Hinweis oder eine Empfehlung, wenn es jetzt um mein Fach geht, was mir beim Masterstudium aufgefallen ist, dass es wichtig ist, sich auch möglichst früh auch nach einem Masterthema umzuschauen, die Augen offen zu halten nach einem möglichen Thema, sodass man auch einfach ausreichend Zeit hat für die Überarbeitung des Themas und dass man wirklich in Ruhe sich ein Thema suchen kann und ein Thema findet, für das man sich auch wirklich interessiert. Also vom Übergang vom Bachelorstudium zum Masterstudium, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Unterschied bemerkt. Also eher dann auf Zeit, Masterstudium ist Bachelorstudium auf Hard Mode, hauptsächlich deswegen, weil es gibt weniger Leute, das heißt, man fällt mehr auf, man kann nicht einfach nur drinnen sitzen und slacken, die Aufmerksamkeit ist einfach mehr auf einzelnen Personen, das heißt, die Mitarbeit ist mehr gefragt und des Weiteren wird manchmal auch mehr gefordert. Also selbst in Seminaren, die vielleicht Master- und Bachelorstudenten gemeinsam haben, gibt es oft die Unterscheidung für, bei uns Seminararbeiten, Bachelorstudenten müssen weniger schreiben, Masterstudenten mehr, das ist aber gleiche ECTS, gleiche Zeit, die man drinnen sitzt. Das heißt, was sich hier eigentlich verändert, ist nur der Aufwand im Allgemeinen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist eben, wie der Johannes schon gesagt hat, die Spezialisierung wird mehr in den Mittelpunkt gerückt. Also ich würde auch allgemein dazu raten, im Master wirklich sich darauf zu konzentrieren, sich irgendwo zu spezialisieren und vielleicht weniger, wie ich das gemacht habe, immer noch in so allgemeine Bereiche reinschnuppern, weil wenn man dann vor der Masterarbeit steht, ist es schön, wenn man schon irgendwie einen spezialisierten Bereich hat, nicht so breit gefächert ist, sondern schon das Masterstudium lang auf diesen Bereich zugearbeitet hat. Also das ist etwas, wo man vielleicht schon beim Anfang des Masterstudiums sofort vorausdenken kann mit der Masterarbeit und nicht einfach wie beim Bachelorstudium breit weitermachen und überall, wo es gerade interessant ist, reinschnuppern. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich ein bisschen der Odd-One-Out bin, ich erinnere, weil ich bin tatsächlich noch nicht im Master. Ich studiere, glaube ich, auch schon lange genug auf der Uni Wien, dass ich schon im Master sein kann. Aber, also ich habe auch schon, oder ich meine, es gibt so Vorziehmodule für den Bachelor, wo du Masterseminare machen kannst. Das bin ich auch schon dreimal voll. Also wenn es sofern das repräsentativ ist, also ich glaube, die Idee ist eh ungefähr so. Also es ist irgendwie so ein Trichtersystem, also du kriegst im Bachelor die Möglichkeit, dass du das Feld kennenlernst und das sollst du dann einfach irgendwann verengen. also das sollst du dann einfach irgendwann ein bisschen spezifischere Idee davon haben, was in dem Feld du genau interessant findest. Und je früher, dass du das weißt, ich glaube, dass es desto besser ist. Das ist ja rein vom Curriculum her, dass der Master eher darauf ausgelegt, dass du hast ungefähr eine Idee davon, was du machen möchtest. Du kriegst mehr Freiheiten, du darfst mehr auswählen, es gibt weniger Pflichtmodule, du kannst mehr schauen, was dich interessiert und dann halt auf deine Masterarbeit zu arbeiten. Insofern würde ich halt unterstützen, was bis jetzt gesagt worden ist, es gibt dann auch, du hast dann irgendwie keine Stützräder mehr oder es gibt so, im Bachelor hast du immer die Ausrede, dass du im Bachelor bist. Im Master ist die Ausrede nicht mehr so stark. Du solltest bis dato eine halbwegs kompetente Person sein in dem Bereich, den du machen möchtest. Und wenn du slagst, dann ist es absolut deine Schuld und nicht die Schuld davon, dass du nicht genug gemacht hast, weil bis jetzt hast du genug Chance gehabt, dass du etwas lernst. Und dementsprechend hast du auch mehr Chance, dass du etwas mitnimmst. Also dadurch, dass bei uns auf der Villa zum Beispiel ist es so, dass die Master-Seminare meistens viel kleiner sind. Du hast fast keine Veranstaltungen mehr, also Seminare, wo 40 Personen drin sitzen, dann ist es eher immer so 10 bis 15. Und dann hast du halt echt die Chance, dass du halt mit 10 bis 15 Leuten gemeinsam die Texte besprichst und die Sachen lernst. Und dann nimmst du halt schon viel mit. Also es ist halt schon ein bisschen ein anderes Format, wie dir Sachen beigebracht werden. Ich glaube, in dem Master-Seminare, wo ich bisher gesagt habe, war der Duktus weniger einer von ich bin jetzt die Lehrperson und ich zeige euch, wie es geht, als wir mehr wir sind Peers und versuchen, den Text zu verstehen. Also es ist so ein bisschen ein Attitude-Shift, der passiert, was gar nicht so uninteressant ist. Also die Gruppengröße, also wie Martin schon angesprochen hat, das war für mich auch ein sehr ausschlaggebender Faktor. Im Bachelor waren während der Vorlesung wirklich fast 200 Leute oder mehr sogar und jetzt im Master sind fast höchstens 20 Leute in der Vorlesung und das Betreuungsverhältnis ist wirklich wahnsinnig super. Also ich habe sehr viel mitgenommen von jeder einzelnen Vorlesung, aber ich fand, die soziale Komponente war schon sehr niedrig bei mir. Also ich habe fast keinen mehr gekannt und ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil des Studiums. Also ich habe mich dann aktiv Leute ansprechen müssen und aktiv darum kümmern müssen, dass ich mich da ein bisschen vernetzen kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil des Studiums. Also ich muss auch vorab sagen, eigentlich, ich studiere jetzt ein Master KSA. Ich habe allerdings davor ein Bachelor woanders gemacht. Also ich kann es jetzt nur, ich kann es jetzt schlecht mit dem Bachelor auf der Uni Wien vergleichen, aber mit dem Bachelor auf der anderen Uni und was auf jeden Fall dann die Unterschiede waren, aber das schließe ich eigentlich auch dem an, was die anderen gesagt haben, also dass vor allem kleinere Gruppen waren, also dass wir eigentlich jetzt ein Master fast nur noch Seminare haben, kaum mehr Vorlesungen und auch die Seminare. Meistens, ja, das sind wir halt nicht sehr viele und man lernt dementsprechend dann auch mehr die Leute kennen, also die anderen Studis und man kommt dann halt auch in den Seminaren immer wieder mit den weichen Leuten zusammen, was dann halt im Bachelor der Veranstaltungen viel weniger der Fall ist. Dann ist es halt viel weniger übersichtlich und vor allem bei KSA ist es auch wirklich ein relativ großer Unterschied zwischen der Anzahl der Studierenden, die im Master eingeschrieben sind gegenüber der Anzahl im Bachelor. und auch, was ich auch sagen würde, ist auch wirklich so ein, also viel mehr Autonomie, auch mehr Freiheit hat man, was die Auswahl der Lehrveranstaltungen angeht. Das heißt, es hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile in der Hinsicht, dass man dann sich selber so ein bisschen so seinen Weg aufbauen kann und entscheiden kann, welche Lehrveranstaltungen man belegt. Allerdings, ja, irgendwann mal sollte man dann halt auch an den Abschluss denken und, also nicht an den Abschluss denken, aber halt irgendwie daran denken, dass es auch eine Masterarbeit gibt am Ende und dass man sich so ein bisschen darauf hinarbeitet. Und, genau, also das waren so die wesentlichen Unterschiede, die ich eigentlich festgestellt habe, aber ich fand, der Übergang an sich war eher angenehm. Also es waren ja eher Vorteile. Weil es gerade auch angesprochen worden ist, dass es viel mehr Seminare gibt als zum Beispiel Vorlesungen. Das war für mich noch ein ziemlich starker Umstieg. Ich war es gewohnt, irgendwie vier Vorlesungen zu haben und dann vielleicht noch drei Seminare. Aber wenn man das Ganze nur auf Seminare ummünzt, also dann sieben Seminare auf einmal, da bin ich in einem Semester mal ziemlich gegen die Wand gefahren. Also da muss man sich vielleicht auch mal klar machen, dass, wenn man jetzt nur Seminare zum Beispiel hat, wie das auf der Philosophie dann üblich ist im Masterstudium, der Aufwand ein ganz anderer ist und man sich da viel besser die Termine selbst einteilen muss. Also zum Beispiel nicht die ganzen Seminararbeiten in den Ferien machen kann. Das geht sich bei zum Beispiel einem Monat und sieben Arbeiten einfach nicht aus. Also dass da die Termineinteilung unter dem Semester schon um einiges besser sein muss als im Bachelorstudium. Auf jeden Fall, dem würde ich auch zustimmen. Also dass man hat dementsprechend auch eigentlich kaum mehr dann, also keine Vorlesung, das heißt logischerweise dann auch weniger Prüfung und das ist dann halt auch mit dem Punkt Autonomie verbunden. Also in der Hinsicht, dass man dann selber auch mehr schreiben muss und was ich, wie gesagt, auch gut finde. Also mir ist es viel lieber, dann auch Seminararbeiten zu schreiben, als eine Prüfung zu schreiben, weil man meiner Meinung nach eigentlich im Nachhinein dann mehr lernt eigentlich, weil man sonst also viel zu sehr nur prüfungsbezogen lernt. Und man hat dann auch den Eindruck, dass man auch in kleineren Gruppen dann das auch mehr auf die einzelne Arbeit dann auch eingegangen wird. Aber ja, ich hatte auch schon mal das Problem, dass dann halt in den Sommermonaten dann relativ viele Seminararbeiten dann geschrieben werden müssen, aber gut, irgendwie muss man sich das dann anteilen. Wobei im Sommer geht es ja noch, wenn man dann drei Monate hat, aber im Winter kann es dann wirklich knapp sein, wenn man theoretisch genauso viele Seminararbeiten abgeben muss und man im Prinzip nur einen Monat Vorlesungsfreizeit hat. Also das kann dann wirklich knapp sein und das muss man halt auch bedenken. Was man am Anfang nicht unbedingt tut, wenn man auch sehr an den Bachelor gewöhnt ist und man sich denkt, ja, fünf, sechs Lehrveranstaltungen im Semester, das passt schon und ja, kann kompliziert werden.